Amateurfunk News, März 2023. Heute gibt es wieder ein paar Neuigkeiten. Wenn du den Kanal hier noch nicht kennst, dann bitte abonnieren. Und ich bin Michael, DL2YMR und hier auf dem Kanal gibt es immer Informationen und Videos zum Thema rund um den Amateurfunk. Ja, heute Amateurfunk News. Bitte gestattet mir am Anfang wieder den Hinweis, das Ganze hier ist wieder ohne Gewehr. Ja, die Themen heute. Zum Ersten haben wir HEMDX-Map, ein Tool, mit dem ihr euch in Echtzeit den Zustand der Ionosphäre ansehen könnt. Insbesondere zum Thema MUF, also Maximal Usable Frequency. Dann haben wir als nächstes den AGCW QRP Contest und die ISS hat neue Astronauten. ICOM hat etwas bekannt gegeben und zum Schluss gibt es heute mal nicht das NASA-Bild des Tages, sondern das Bild des Tages von mir, also Michaels Bild des Tages. Und lasst euch überraschen, um was es dabei geht. Ja, wenn ihr Ergänzungen oder Kommentare habt, dann bitte unter dem Video kommentieren. Ihr findet dort auch die entsprechenden Links zu den Themen und wenn es euch hier gefällt, dann bitte auch ein Like. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei den Themen. Kommen wir gleich zum ersten Thema. Die Ausbreitungsbedingungen im Moment sind phänomenal. Wir haben also wirklich Ausbreitungsbedingungen wie lange nicht und vor allem auch viel besser, als für diesen Sonnenfleckenzyklus bisher prognostiziert. Wenn man sich das anguckt, also die solaren Fluxwerte, die Sonnenfleckenzahlen, ist alles deutlich höher, als es prognostiziert war. Also es sieht so aus, als wird das ein mega Sonnenfleckenzyklus. Und heute, als ich nach Hause kam, habe ich das 10 Meter Band angemacht und sehe, da ist ja enorm was los. Es waren SSB-Stationen da, FT8 war viel los und im CW-Bereich natürlich auch. Und ich habe in den letzten Tagen auf dem DRC-Server eine Software gesehen, beziehungsweise eine Internetseite, die sich mit Ausbreitungsbedingungen beschäftigt. Und die möchte ich euch hier kurz vorstellen. Es handelt sich dabei um die Seite dxmap.f5uii.net. Und er nennt das Ganze hier Hemdx-Map. Und das ist richtig genial gemacht. Wir sehen also in Echtzeit, wie sich die oder in welchem Zustand sich die Ionosphäre befindet. Und in erster Linie geht es hier mal um die MUF, also die Maximal Usable Frequency. Das ist die Frequenz, auf der du am höchsten arbeiten kannst. Wenn du darüber hinausgehst, wird es keine Ausbreitung mehr geben. Und wenn du unter dem MUF bist, hast du Ausbreitung, also ionosphärische Ausbreitung, sodass sich deine Funkwellen an der Ionosphäre reflektieren. Habe ich auch schon mal ein schönes Video zu gemacht, kannst du dir hier ansehen. Ja, also einerseits die MUF, andererseits die FOF2. Das ist die FO2-Grenzfrequenz und das könnt ihr hier umschalten. So, jetzt habt ihr die FO2-Grenzfrequenz und so ist die MUF, wobei die MUF eigentlich viel interessanter ist. Ich stelle das hier wieder auf die MUF und da sehen wir die Maximal Usable Frequencies, die im Moment vorhanden sind. Und ich habe das hier mal auf Globus gestellt und es ist enorm, was wir da im Moment haben. Also wir sehen hier die Maximal Usable Frequencies, zum Beispiel hier bei uns 34 Megahertz. Also das 10 Meter Band ist komplett offen und das geht hier sogar noch weiter. Wenn wir hier weiter im Süden gehen, bis auf 37 Megahertz, 46 Megahertz hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da sind wir nicht mehr weit vom 6 Meter Band entfernt, nämlich bei 50 Megahertz. Und dann hätten wir weltweite Ausbreitung oder ionosphärische Ausbreitung auf dem 6 Meter Band. Das wäre mal richtig krass. Ja, wenn wir hier mal weiter in den Westen gucken, dann sehen wir hier Amerika, hier auch Südamerika 40 Megahertz, 35 Megahertz, 37 Megahertz. Hier oben Nordamerika 39 Megahertz, 42 Megahertz. Und da dieser ganze Bereich hier sich in diesem hohen Maximal Usable Frequencies Bereich bewegt, können wir derzeit auch problemlos Verbindungen über den Teich nach Amerika fahren. Weil die auch Ausbreitungsbedingungen im 10 Meter Band haben, genau wie wir, könnten wir dafür das 10 Meter Band nutzen. Ich kann das hier aber nochmal umschalten von Globe auf, ach, machen wir vorher noch Aurora. Das kann man nämlich in der Globe-Ansicht am besten sehen. Wenn wir hier Aurora einschalten, dann können wir sehen, wie weit die Nordlichter in den Süden runterkommen. Und das sieht man hier in der Globus-Ansicht eigentlich am besten. Und hier sehen wir, wie weit das derzeit runterkommt. Also hier Skandinavien, da ist im Moment Schluss. Das können wir auch erst mal wieder ausschalten und dann können wir uns noch anzeigen, wo sich die Sonne derzeit befindet. Die ist jetzt hier über Südamerika. Ich schalte das auch erst mal wieder aus und schalte jetzt mal auf eine andere Ansicht, nämlich raus aus der Globus-Ansicht in die Mercator-Ansicht. Die Mercator-Ansicht ist ja die Ansicht, die wir alle von den Karten her kennen. Das ist diese Ansicht und hier sieht man auch wirklich sehr schön, wie sich dieser gesamte Bereich, dieser hohen Muff im Moment über Europa, Afrika, Nordamerika, Südamerika komplett hier ausbreitet. Hier ist alles offen. Hier könnt ihr theoretisch alles arbeiten. Fantastisch. Ich habe sowas lange nicht gesehen und mit dieser Software, mit dieser Homepage hier, mit dieser Webpage, wirklich sehr, sehr gut darstellbar. Also hier sind die Zonen und ihr seht auch, wenn wir hier weiter nach Norden kommen, dann geht das runter hier bis auf 19 MHz, 15, 12 MHz. Also hier wird das weniger. Aber hier dieser ganze Bereich, das ist wirklich fantastisch. Die anderen Projektionsmöglichkeiten, die wir hier haben, ist noch Equal Earth. Das ist diese Ansicht, bestimmt viele von euch auch schon mal gesehen. Dann haben wir noch Equirectangular. Das ist diese Ansicht. Und wir haben auch noch die Natural Earth. Und das ist eine interessante Ansicht. Hier sieht man auch wirklich mal, wie groß die Kontinente wirklich sind. Also Afrika hier riesengroß gegenüber hier Europa, Asien, Südamerika ist lange nicht so groß wie Afrika. Das kann man jetzt, wenn wir mal wieder auf die Mercator Ansicht schalten, dann sieht Afrika eigentlich viel kleiner aus. Und hier zum Beispiel Asien viel größer. Und das ist eigentlich gar nicht so. Ja, probiert diese Software mal aus. Ich verlinke das natürlich unter dem Video. Schaut da hin. Da braucht ihr nur draufklicken und schon seid ihr in der Ansicht der MUF und der FO2. Also ein ganz tolles Tool. Vielen Dank auch an den Entwickler. Die AGCW lädt zum alljährlichen Contest ein. Und zwar zum QRP-Contest. Schauen wir uns mal hier auf der Seite an. Das ist die Seite der AGCW. Wie gesagt, die Links wie immer unter dem Video. Und hier können wir mal gucken bei Veranstaltungen, Wettbewerbe, QRP-Contest. Und hier haben wir die Ausschreibung. Und zwar findet der Contest statt auf 80 Meter, 40 Meter, 20, 15 und 10 Meter. Also auf den klassischen Bändern. Hier gibt es auch die Frequenzbereiche dazu. Und ausgeschrieben ist der Contest für Very Low Power, also 1 Watt Output. Und QRP-Klasse bis 5 Watt Output. Moderate Power bis 25 Watt Output. Und QRO geht sogar auch über 25 Watt Output. Ich finde diesen Contest immer sehr interessant, weil es eben ein QRP-Contest ist. Deswegen habe ich den jetzt auch hier in den Amateurfunk-News. Und ihr habt ja vorhin gesehen, was für wahnsinnig gute Ausbreitungsbedingungen wir haben. Und ich denke mal, wenn wir diesen QRP-Contest mal nehmen, 5 Watt Ausgangsleistung machen, also QRP-Betrieb, dann denke ich mal, ist zurzeit die ganze Welt zu arbeiten. Das wird richtig Spaß machen. Das geht auch mit relativ einfachen und kleinen Antennen. Und vielleicht habt ihr Lust dazu, daran teilzunehmen. Vier Astronauten haben sich am 2. März 2023 auf den Weg gemacht zur ISS, um dort Crewmitglieder abzulösen. Drei davon sind Funkamateure. Und warum erzähle ich euch das hier? Ihr habt die Möglichkeit, die ISS als Funkamateur zu nutzen, zum Beispiel als Relaisstation. Die ISS sendet zeitweise auch SSTV-Signale aus, die man empfangen kann. Und Schüler haben die Möglichkeit, mit den Astronauten auf der ISS zu sprechen. Und das finde ich immer unglaublich spannend. Denn welcher Schüler hat schon die Möglichkeit, mal mit einem Astronauten zu sprechen? Und in der Regel sind es dann AGs, die sich in den Schulen bilden, die sich mit Amateurfunk beschäftigen, die dann auch einen Kontakt zur ISS machen können. Sie müssen sich dafür bewerben. Und das Ganze funktioniert über die ARIS. Das ist Amateurradio auf der ISS. Und die haben eine Homepage. Und da könnt ihr auch gucken, wann die entsprechenden Verbindungen zu Schulen stattfinden. Und zwar geht ihr auf die ARIS-Seite und dann auf News. Und hier steht Upcoming Educational Contacts. Und hier seht ihr dann die Termine, wenn hier entsprechende Kontakte anstehen. Und das kann man auch sehr gut mithören und sich anhören auch. Ich habe das ja schon mal gezeigt, hier im Garten bei mir. Ja, und mach das doch mal. Das ist total spannend, wenn man diese Verbindung dann live mithören kann. ICOM IC905. Nein, das ist mein 705. Ich habe natürlich keinen 905. Aber ICOM hat es rausgehauen, was er kostet. Sie waren ja vor, wann war das, vor ein, zwei Wochen auf der Hamcation in Amerika. Dort wurde der 905 natürlich auch nochmal vorgestellt. Aber der Preis war bis zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Jetzt hat ICOM den Preis rausgehauen, auch für Europa. Und der Preis beträgt 3999 Euro. Das ist mal ein Wort. Das sind fast 4000 Euro. Eigentlich sind es 4000 Euro. Also wirklich viel Geld. Und ja, was ist alles dabei? Es ist das Bedienteil dabei. Das ist ja das, was so ähnlich aussieht wie der 705. Dann ist die RF-Unit dabei, also die Empfangsunit, die ja direkt an der Antenne angebracht werden sollte, wegen Kabelverlusten. Es ist dabei die 2-Meter-Unit, die 70-Zentimeter-Unit, die 23-Zentimeter-Unit, die 13-Zentimeter-Unit und die 6-Zentimeter-Unit inklusive GPS-DO. Evernet-Kabel für den Außeneinsatz ist auch dabei, aber es ist noch nicht bekannt, wie lang das Kabel sein wird. Und optional wird angeboten, also was du noch dazu kaufen musst oder kannst, wenn du den 905 kaufst. Das ist die CX10G, 10 GHz Outdoor RF-Unit. Preis ist nicht bekannt. Und es ist auch unklar, ob der zum Sommer 2023 zur Verfügung stehen wird. AH24, das ist die 2,4 GHz Antenne, kein Preis bekannt. AH56, das ist die 5,6 GHz Antenne, kein Preis bekannt. Und AH100, das ist die 10 GHz Antenne und natürlich kein Preis bekannt. Wann das Gerät zur Verfügung stehen wird, kann ich nicht sagen. Da müsst ihr mal die entsprechenden Händler im Auge behalten, wann das Teil dann wirklich zu kaufen ist. Das Gerät ist sicherlich für den einen oder anderen sehr interessant, der im Hochfrequenzbereich was machen möchte. Ich denke mal, für die Allgemeinheit der Funk-Amateure ist es eher nicht so interessant. Venus und Jupiter in Konjunktion. Das heißt, die beiden Planeten standen sehr nah zusammen am Himmel und leuchteten auch sehr hell in den vergangenen Tagen. Und ich habe mir gedacht, ich fotografiere das mal oder versuche das zu fotografieren, um auch mal die Jupiter-Monde zu sehen. Mir ist das schon mal gelungen und ich habe dafür eine Fotokamera genommen. Also kein Teleskop oder so, sondern einfach eine Kamera, eine Fotokamera. Und ich gebe zu, es ist ein etwas längeres Objektiv. Das sind jetzt hier 500 Millimeter, ein 500 Millimeter Objektiv mit einer APS-C Kamera. Da kommen also effektiv oder ein Abbildungsmaßstab von 750 Millimetern, also 750 Millimeter auf die Konjunktion von Venus und Jupiter und dann schaut mal, was dabei rausgekommen ist. Das NASA-Bild des Tages, das kommt heute nicht von der NASA, sondern von mir. Dort oben ist Jupiter und Venus in Konjunktion, also ganz nah beieinander. Und ich versuche das Ganze mal zu filmen und euch hier zu zeigen. Und vor allem möchte ich euch die Jupiter-Monde zeigen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Das waren sie schon wieder. Deine Amateurfunk-News, März 2023. Und es freut mich richtig, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Und wenn dir das hier gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal und klick auf die Glocke, damit du eine Information bekommst, wenn es hier auf deinem Afu-Channel wieder etwas Neues gibt. Bis zum nächsten Mal.